Sehr geehrtes Publikum, liebe Freunde der Kamerata, schön, dass Sie sich unser Konzertvideo anschauen und anhören wollen. Ursprünglich war geplant, dass wir für dieses letzte Februarwochenende in großer symphonischer Besetzung hier sind mit Ihnen. Bis in den Herbst waren wir mit den Proben dafür beschäftigt. Dann kamen behördlicherseits die Anweisungen, dass Blasinstrumente nicht betätigt werden dürfen. Außerdem durften nicht zu viele Menschen in einem Raum gleichzeitig proben und so wurde aus der Kamerata ein kleines Streichorchester. Vermutlich schauen dieses Video jetzt auch etliche unserer anderen Mitglieder, die jetzt nicht mitspielen konnten. Wir grüßen Sie hiermit alle und hoffen, dass ihr bald wieder dabei sein könnt. Und an dieser Stelle im Konzert kommt gewöhnlich dann die Ansage, wenn Sie dann am Ende des Konzertes hinausgehen, dann finden Sie zwei nette Menschen mit offenen Geigenkästen. In diese Kästen können Sie, wenn Sie mögen, einen kleinen Obolus als Beteiligung an unseren Unkosten hinterlegen. Das geht jetzt natürlich nicht. Wir können nur verweisen auf die Kontonummer der Hermann-Greves-Fühl-Gesellschaft, auf das Sie, wenn Sie mögen, etwas überweisen können. Und nun hoffe ich, dass Sie bequem sitzen. Vielleicht holen Sie sich noch ein Glas Wein, da müssen Sie kurz das Video anhalten. Und dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit unserem Konzert. Und dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit unserem Konzert. Und dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit unserem Konzert. Und dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit unserem Konzert. Und dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit unserem Konzert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020